Kalle, kannst du mal kommen? Jo Meister, was ist? Im B-Block, im HMI Server 2, da haben wir wieder die Temperatur überstiegen und ich habe momentan alle Leute in Benutzung, also niemand frei. Wie schaut es da bei dir aus? Hast du noch jemanden zur Verfügung? Ich habe da hinten noch so zwei besoffene Schweine, die da sind. Ja, das ist besser als nichts. Kannst du dir mal einheuern, dass wir die da runterschicken? Ja, ja. Hey, Mike, Björn, kommt mal hier rüber. Die Temperatur ist so heiß, da muss einer rein. Ja, die kommen gleich. Alles klar. Ihr scheint so lange aus, Kalle, ne? Ja. Was sollst du sagen? Temperatur zu hoch, meine Blocke oder was? Ja, die Temperatur ist hoch. Temperatur hoch. Du, du geh runter, Temperatur mache niedrig. Mache ich Temperatur niedrig. Nimmst du, nimmst du eine Flasche, ey. Wenn nicht geht, nimmst du ein Messer, haust du rein. Ja, nimmst du eine Flasche Wasser mit, kippst du drauf, Temperatur ist gut. Mach ich besser. Mach ich Sibirische bisschen drauf. Ja. Als Urban Explorers sind wir ständig auf der Suche nach Orten aus einer vergangenen Zeit. Die von uns gezeigten Orte behandeln wir mit Respekt und betreten sie letztlich ohne Einsatz von Gewalt. Leute, schaut euch alleine nun mal jetzt diesen krassen Raum hier an. Kappeltiebe. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video, einem neuen heißen Video auf diesem Kanal. Mit dabei heute der Molli von Lost Adventure Hunting, der Björn von Builder City, Event Places und der Mike aus meinem Team. Und ja, wo befinden wir uns hier? Ich würde sagen, ein heißes, heißes, dreimal heißes und dreimal großes Kraftwerk, oder? Was die ganze Schote gibt und bringt, das seht ihr wie immer. Jetzt. Leute, jetzt geht es extrem weit nach oben. Mal gucken, ob wir den Kontrollraum finden. Mal gucken, ob wir den Kontrollraum finden. Ich leuchte mal nach unten. Alter, wie hoch sind wir hier ungefähr? Da bleibt es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, da schätzte 30 Meter haben wir ihn geschätzt mit dem Böhren. Guten Appetit. Was gibt es denn heute leckeres? Essen. Mit sümpftiger Stahlarbeiter-Schnitte, ne? Ist gar kein Kohlekraftwerk, wie der Molli gesagt hat. Ist ein Stahlwerk, ne? Ja, Stahlwerk, ne? Ja, haben wir uns nochmal rausgerissen. Also im Video-Titel steht es gerade drin, Bronn-Kohlekraftwerk, aber wir wollen das ja nur versteigern. Deswegen ist das jetzt hier Stahlwerk. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.